ja hier wieder beim quali und bei plants vs zombies garden warfare wir spielen eine runde mit dem hot rod schnapper weil der sich gewünscht wurde also nicht speziell der hot rod schnapper aber ein schnapper auf jeden fall der war der erste so dem mir so zugesagt hat und anscheinend gibt es hier relativ viele schnapper jetzt hier gerade so im spiel und mache ja nix schnapper sind ja cool das ganze dann auch sinn macht gegen unsere gegner hier erstmal das klo zernichtet dann von tv 007 gilt die schnapper sind ja ganz cool gegen ganzen kloß und särge und sonst was es sonst noch so gibt weil die den ohne den schutz direkt direkt schaden machen so den wissenschaftler holen wir uns oder auch nicht der andere schnapper holt ihn sich den hier schleimen wir ein und sterben dann noch zu meinem leben ich dachte hier den ingenieur kriegen wir auch noch aber da kommt der engel 99 wahrscheinlich die darstellen naja die zombies nehmen ein was nur einmal nach vorne gehen blöder kaktus hat als verteidigen oder nicht dann blockt man schleim und jetzt meiner ecke hallo jetzt bin ich schon einer der schnellsten schnapper und der läuft von mir weg das ist echt witzig weiter geht's also wie gesagt der kaktus da eben das war nicht so schlau ne kaktus weißt du bescheid hier der schnapper ist schon ein bisschen intelligenter so hier geht es jetzt ganz schön ganz schön traube von aber wir sind ja auch ganz schön viele schnapper schnapper kollege war nicht schnell genug mit killen aber einen habe ich weg geholt solange ein schnapper ja immer noch einen weg holt ist immer noch ok und den haben wir jetzt erstmal eingeschleimt und der ist jetzt meiner was macht er denn hier im rückfeld so ja schon eine pflanze hinsetzen da ist ein kaktus in der drohne und hier ist noch gar nichts drin ist laser bin rein hier ist eine heilblume das haben es mit meiner so und das bräuchte ich mal irgendwie ein bisschen heilung aber nicht schlecht ich glaube hier länger maßen hallo ich würde schon gerade sagen ist der immun ging aufgefressen werden oder hat mich jetzt erwischt wo sind die sonnenblumen wenn man sie mal braucht da haben wenigstens eine vorlage gebracht aber naja ich hatte halt noch nicht mehr so viel leben der hot rod schnapper hat das problem dass so ein bisschen wenig leben hat also für so nacken oder jetzt schon wieder der kaktus der hier vorne nicht verteidigt was ist denn das hier das gefressen aufgefressen werden ich verteidige gerade auch nicht selber nicht in meine abmachung einen haben wir noch weil diese kaktus die da am rand vom garten stehen dann steht da einer drin und die laufen trotzdem zurück ist es irgendwie ein bisschen falsche interesse gedrückt pro würde ich sagen pro heißt es eigentlich kaktusse oder heißt es kaktien ich glaube es heißt kaktien bei kaktusse auch ein bisschen lustig erkennt hallo mister längst du bist sicher vor dem schnapper auf dem auto da war nicht mit dem hot rod schnapper ich muss zwei allstars töten also verschlingen auch noch ohne ko zu gehen hat bisher mal eine aufgabe würde ich sagen oh der unheilspilz hat hier ordentlich gewütet da hinten kommt jetzt die ganze meute ich kann mich nicht bewegen warum das ich konnte mich nicht bewegen sonst hätte ich den locker gefressen das ist ein bisschen traurig jetzt so ein bisschen was heute fress jeder tötet die doch mal hier die ganzen ekeligen zombies plumpsklo zombie naja alles klar es geht mir alles so ein bisschen zu schnell hier die zombies sind ganz gut muss man ja sagen hier pflanzt man ein bisschen eis hin weil wir jetzt super viel eis haben oh jetzt habe ich da aus Versehen ein Halspilzchen gepflanzt aber gut das ist doch jetzt auch nicht sooo superschlecht hier um die ecke wäre auch ein Stachelkraut ganz nett hier vorne springen sie auch immer ganz gerne rein hallo du bist meiner schnell weg so da hinten ist schon wieder ein da kommt jetzt die Lärmmine und stummt sie alle Miner fahran 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 auf der Autobahn aber gut wir hatten zu wenig Leben pain of soul mit seiner Armbrust das ist ganz schön geowned boah verteidigen ist echt hier nicht so ne also wir haben hier jede Menge Schnapper aber irgendwie das läuft nicht Leute Miner so was soll ich sagen was habe ich erledige 15 eingeschleimte Zombies ja ist ok das sollte man doch irgendwie mal hinkriegen aber ja gut in einer Sitzung so hier kann man eigentlich mal so ein Pak Choi hinpflanzen das ist manchmal nur ganz in Ordnung ah der Arme Pak Choi war Gott sei Dank nicht mal einer glaube ich oder? ne doch das war meiner ich habe den da glaube ich hingepflanzt in äh totaler äh hier Panik da kommt ein Fass den können wir schön vernichten weil das einfach geht als Schnapper ohje nimmt irgendeiner ein so den schleimen wir erstmal ein töten ihn die sterben jetzt gleich selber wahrscheinlich am Nebel ne nein in der Kleberkanone aber wir werden wiederbelebt das ist gut sehr gut so muss das doch sein ein bisschen herunter oh Abschussserie für einen Schnapper also ich glaube in dieser Sitzung schaffe ich keine 15 eingeschleimten mehr da hinten hocken sie schon wieder alle rum campen sie schon wieder alle einschleimieren vielleicht geht da ja was na geht nix jetzt wird nein es wird nicht eingenommen sehr gut wir verteidigen ein paar Pflanzen ich komme gar nicht erst wieder zum Garten hin weil der Pain of Soul mich wieder abschießt der Sack so jetzt geht es aber jetzt gilt es hier verteidigen ok der Teleport ist auf der anderen Seite wir pflanzen trotzdem hier mal ein Kraut hin auf der Seite ist der Teleport das heißt wir machen uns mal nach hier ein Kraut weil dann kommen sie manchmal ganz schön schnell um die Ecke und da sind sie auch schon hallo Leute hier schmeckt doch ganz nett es wäre es gut wenn wir hier so eine Sonnenblume hier hätten aber die treiben sich irgendwo anders rum so ich gehe mal auf die Seite wieder jetzt haben sie gemerkt dass da rechts verteidigt wird dann kann man hier ja jetzt sehen sie da kommen sie auch auf der Seite schon wieder rum ja und das ist dann das Ende des gemeinen Rot-Rot-Schnappers aber immerhin hier ist immer noch keine Topfverteidigung gepflanzt das ist natürlich auch nicht so geil so hier Eis weil die wohl ah da meine Kraut hat was gebracht so da ist eine Sonnenblume boah da sind es aber jetzt hier alle gut die haben wenigstens noch gekillt den Ingenieur der Ingenieur hat es schwör so wie sieht das denn hier aus da ist ein Eispilz drin der bringt ja hier mal glaube ich überhaupt nichts na gut überhaupt nichts nicht aber irgendwie nicht so viel da kommt jetzt ein hallo oh daneben nein hat es den erwischt ich glaube schon oh Gott ich gucke mich da um was steht da ein Gegner oh Gott oh Gott oh Gott drei Zombies schon drin und das wo ich daneben war nein 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 sehr gut Schleimvorlage perfekt ja es ist vorbei den kriege ich noch oder Gott ja da haben sie uns echt überrannt dies war nicht gut muss man ja ganz klar sagen die Pflanzen freuen sich trotzdem das sind doch alles verrät tschau naja YouTube gucken was haben wir denn 10.395 Münzen als Schnapper für mich finde ich das finde ich nicht so übel 20 Kills läuft wir können uns sogar ein Stickerpack leisten wir nehmen mal so ein Ziel und hoffen ja Heil Zombies genau die suche ich ja immer noch und Sterne überspringen sind auch ganz schön viele drin wenn man einmal aus diesen Packs hier die die ganzen Ausrüstungssachen raus hat dann läuft das ja hier 1.05 natürlich gerade nicht schlecht na gut aber für den Schnapper ich weiß nicht geht ein bisschen gut bis zum nächsten Mal have fun euer Quali tschüss Ich habe oh oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017